Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Raschka, Torwart von Germania Ratingen. Wir stehen hier noch am Ohlenkrug, gerade 3-2 gewonnen nach dem emotionalen Spiel, sind sehr zufrieden und jetzt habe ich die Chance den nächsten Spieltag zu tippen. Kommen wir zum Spiel Hönnepil SC West, ein Unentschieden 1 zu 1. Baumberg Jan Hiesfeld 2 zu 0. Turo Düsseldorf gegen Krefeld Fischeln 0 zu 1. Uerdingen gegen Schwarz-Weiß-Essen 3 zu 0. Fellbad gegen Bocholt, ein Unentschieden 1 zu 1. Kronenberg gegen Kapellen, unser alter Trainer, wünsche ich viel Glück, 2 zu 1. Homberg Hilden ein Unentschieden 1 zu 1 und Kreil gegen Meerbusch wird ein 2 zu 1 für FC Kreil. Das war's, vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.